hi freunde und herzlich willkommen hier war cgaming flo wieder am start heute gibt es eine weitere squad building challenge wir haben einmal eine neue footies fanwahl am start und wir haben die gewinner spc von den letzten fanwahlen und zwar sané oder in anführstrichen damals war silas wamangituka obwohl das ja nicht mehr heißt aber es ist auf jeden fall sané geworden um die spc wollen wir uns heute kümmern und wir gucken uns an wali oder harland wer könnte für euch gewinnen eure magung natürlich gerne schon mal rein runter in die kommentare außerdem 85 plus mal 10 abgehört spc ist wieder da alles gemeinsam schauen uns heute hier in diesem video an bevor wir rein schauen in das video könnt ihr gerne das video support mit einem fetten daumen nach oben 300 likes geben wir jetzt hier raus ihr wisst bescheid seit samstag da wird es gewesen sein habe ich jetzt auch wieder strom ja immer noch kein ordentliches wasser aber wir haben strom jungs deshalb die videos wieder am start also ich wisst bescheid hochwasserkatastrophe war da und ich selber bin auch betroffen und auch familiär und falls ihr dahingehend supporten wollt dann könnt ihr das gerne tun runter in der beschreibung für den linken paypal link jungs moneypool habe ich da eingerichtet falls ihr bock habt uns 100 prozent zu unterstützen falls ihr da sicher gehen wollt dass wir 100 prozent von dem was ja auf jeden fall auch spendet bei mir ankommt auf jeden fall für alle die die schon gespendet haben feldes feldes dankeschön an euch einmal und da würde ich sagen gucken wir rein was heute sonst noch alles am start ist war die oder haaland schreibt mal rein jungs wie ihn habt ihr genommen wir werden wir werden gleich wählen bevor wir das aber machen oha akanji what the hell das habe ich gar nicht gesehen jungs eine woche da und silvers das ist auch der wagner jungs acht uhr alarm was ist hier denn los da müssen wir gerade mal schauen dass wir nichts übersehen tatsächlich akanji am start acht uhr alarm silvers das wagner 97 tempo jo jungs also ihr könnt an diesem mittwoch sehr coole geschichte meiner meinung nach so und jetzt gucken wir uns an einmal sané natürlich akanji haben uns schon angeschaut und dann haaland oder war die wir gehen mal kurz ins voting rein gucken die preview packs auch rein ich werde auf jeden fall auf haaland gehen ihr habt eben gesehen es geht um die eigenschaften ihr habt eben kurz durchgelesen hoffentlich es geht um die spielereigenschaften die sie dann bekommen so wenn ich richtig gelesen habe haaland nehmen wir auf jeden fall mit und dann gucken wir uns kurz die preview packs an an diesem mittwoch wie sieht es da aus oh ja was ist das denn hier 88 plus star seltenen mega was ist das denn 95 k set habe ich noch nie gesehen jungs aber gut ich hatte jetzt auch 17 18 tage kein strom kein wasser kein empfang und dort ist der workout blau wird es aber frankreich es ist der trotz kunde ist da jetzt ist er jetzt ein spieler drin oder alles klar ok kriegen wir leider nicht raus aber 95 k set sehe ich jetzt so das erste mal nehmen wir das 45 k set auch noch mit oder jungs preview packs nicht vergessen ist ja klar das work aus klar 88 plus natürlich logisch sie sieht es da aus ja da ist nix machen wir noch das 25 k set warum auch nicht und auch da ist leider nichts drin das heißt jetzt können wir zu den spcs gehen telle ist das höchste der gefühle und da gucken wir uns mal den sané an und alles andere ok nice spielerbild auf jeden fall schon mal 99 tempo zwei segmente eine woche zeit nur in anführungsstrichen lieber sané hat gewonnen holt dir die spc oder in dieser spc sein footage spezial objekt 96 linker bildspieler fünf stelle vier stelle links hoch mittel die arbeitsraten jura ok sieht wie erwartet auf jeden fall greif ausbauen freistoß flair bringt damit die frage zu teuer ja oder nein zwei segmente 4 also jux dass sie gar nicht so schlecht aus dass sie überhaupt gar nicht so schlecht aus meiner meinung nach vielleicht so hilft die füge die dingen wir gucken gleich bei foot noch mal kurz rein eine woche warum ist er nicht länger da jungs hätten sie doch gönnen können einfach noch ein bisschen länger zum abschließen lassen können aber gut sie haben sich dafür entschieden und dann ist zurück am start die 85 plus mal 10er wiederholbar das ganze und da haben wir mindestens gold 80er gradient squad 82 und 85er on the top alter was muss man denn da bitte für abgeben preis für die spc ist noch nicht da ich habe noch nie so ein alter was ist denn da bitte los what the hell und dann haben wir den puzzle spc vor diesem abstimmungstag mit einem prime gold spieler pack zwei tage da die spc mit 45 team schon 78 gradient squad das geht fit die kann auf jeden fall mitnehmen die spc na und die frage der fragen ist lieber sané lohnt sich das ganze ja oder nein wir gucken gleich bei foot bei uns das ganze an also wir können auf jeden fall schon mal sagen ziele er kann sie auf jeden fall ein win silber experten auch immer nice und silvers das silvers das in der silvers lounge entweder man geht rein oder nicht wie gesagt liegt an euch schreibt mir gerne eure meinung dazu rein runter die kommentare was findet ihr an der für machts plus mal 10er top oder warum sagt ihr eher nee warum nicht also für mich persönlich ist auf jeden fall zu viel was wir hier abgeben müssen das ist geisteskrank also das schon heftig jungs lieber sané haben wir noch keinen preis am start aber ich würde sagen wir gehen trotzdem bei footman rein gucken uns den im vergleich an und damit let's go so freunde jetzt hier kurz zwischendurch doch das 85 plus mal 10er schauen wir mal rein jungs kommen trotz rot alles klar jungs 92er rossi wer kann noch dahinter sein die frage der fragen kommt schon hier bitte schreibt mal rein in die kommentare jungs wie teuer die spc ungefähr war kann man damit zufrieden sein 3 92er anthony als setor immer dann 85 85er fünf stück insgesamt davon eher nicht so geil das peck oder jungs eure meinung gerne rennen runter in die kommentare und damit weiter zu sané so freunde da sehen wir es jetzt noch mal sané neu am start akanchi und wie gesagt diese voting geschichten zwischen wali und harland und hier sehen wir es noch mal player review kommentare ist da am start den dürfen natürlich nicht vergessen ja die dürfen nicht vergessen die guten kommentare und insofern weiß ich ich würde sagen wir müssen den auf jeden fall natürlich mit reinnehmen denn gleiche position gleicher verein nur eine andere nation fünf sterne vier sterne und das sind wir halt ganz ganz schnell hierbei im vergleich zwischen kommentare und sané 99 tempo 99 tempo schuss fast identisch passt ist identisch dribbling fast identisch defensive ein bisschen mehr bei sané und die füße ist auch ein bisschen mehr bei leroy sané aber das ding und lasst mich da lasst mich wissen wenn ich falsch liege vier sterne skills fünf stände week food das war doch ein objektiv ding hier oder war das ein objektiv ding ich kann es euch gar nicht sagen was wo kann es hier kann es ja irgendwo absehen wo es ob es ein objektiv ding war ich mein ja oder okay die leute im stream chat sagen es war eine sbc also die frage ist wie teuer war die geschichte denn okay hier können wir sehen 380k expirate das ganze und wir mussten abgeben in 86er 87er sogar und 83 aber wenn ihr den jetzt schon gemacht habt theoretisch dann müsst ihr euch ganz klar die frage stellen warum mache ich dann jetzt noch ein sané vier sterne fünf sterne wie gesagt sané das ganze einmal fünf sterne vier sterne einmal umgedreht das ganze aber ich denke wir machen mal gleich den 91er vergleich mein positions mäßig wieder lm 387 4 3 11 wenn ihr sané fans seid holt ihr ihn euch jungs was spricht dafür was spricht dagegen machen wir machen mal eben den vergleich mit den ingame stats kings lecumont 515 zu 504 und ingame stats ein bisschen mehr bei sané jungs müssen wir noch mal reinschauen was sagt die football community 60 prozent daumen runter mal gucken was sie als begründung haben all these kreis sie dass den gett card okay gut value wundern sich alle warum er gewonnen hat okay und deshalb wahrscheinlich auch die dauer nach unten also zu teuer ist die spc nicht aber ich habe euch gezeigt jungs die alternativen sind natürlich da die alternativen sind da 84er 86er kann man tatsächlich nicht darüber ja diskutieren dass es überhaupt ein guter preis ist auf der rechtsseite haben wir jetzt die kimmich Bundesliga-LM haben wir, denke ich, auch gute Optionen. Comor, wie gesagt, wir haben Nabri, die Karte von ihm und wir können jetzt mal, wenn wir denn Lust haben, theoretisch echt in die Bundesliga kurz gehen. Akanji müssen wir, glaube ich, gar nicht bequatschen, Jungs, dass der sich lohnt. Und dann auf die LM-Seite gehen. Dann haben wir einen Comor. Nabri-Reus, Jungs, auch eine geile Karte, die Reus-Karte hier, ne? Not bad. Und dann gucken wir uns noch kurz Akanji an. Und die andere schenken uns eben. Akanji-Jungs. Plus 6, plus 10, plus 5, plus 4, plus 7, plus 8. Nices Ding. Heftig. Enko drauf und Spaß haben mit der Karte. Ganz ehrlich, Jungs, zum Ende von FIFA. Sehr, sehr geile Geschichte. Und die wollen wir uns schenken für heute. Also, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Mittwoch-Video. Ich hoffe, wir sehen uns morgen an dem Donnerstag wieder. Ja, und ihr bekommt ja eure tägliche Dosis. Also, gerne auf kostenfreier Basis die Glocke einmal aktivieren, Abo dalassen und damit reingehauen. Bis morgen. Euer Flo von Anstieg Gaming. Ciao, Leute.